Oh, hallo. Jedermann kennt das Phänomen. Das Arschloch kriegt die Frau und du kriegst nichts. Aber eigentlich habe ich 5 Schritte für dich, um dem Abhilfe zu schaffen. Schritt Nummer 1. Pimp dich auf du Waschlappen. Frauen stehen auf Muskeln. Also trainiere so lange, bis du so aussiehst. Denn du bist das Alphamännchen und das sollte man dir auch ansehen. Deshalb sind schleimig gegelte Haare und Bling Bling ein absolutes Muss. Schritt Nummer 2. Sprich sie an. Ort und Zeit sind egal. Wichtig ist der richtige Spruch. Hier ein paar Beispiele. Hey Baby, ich habe meine Telefonnummer vergessen, kann ich deine haben? Na du Praline, darf ich deine Füllung sein? Ah, ich bin vom ADAC, darf ich dich abschleppen? Sind deine Eltern Terroristen? Denn du bist so scharf wie eine Bombe. Mein Penis erfüllt Wünsche, du musst nur kräftig dran rubbeln. Bei dir wird meine Software zur Hardware. Ficken, ich habe da einen Lutscher in meiner Hose. Für dich. Schritt Nummer 3. Das erste Date. Das erste Date sollte unfair gässlich sein. Also lass es außergewöhnlich werden. Hauptsache beide haben ihren Spaß und es endet bei dir zu Hause. Schritt Nummer 4. Der erste Kuss. Er zeigt aus welchem Holz du geschnitzt bist. Also ramme die Zunge in ihren Hals, denn das löst Panik und Erbrechen aus. Dann fass an ihre Balance und geh direkt weiter in die tieferen Regionen. Du bist der Mann, du zeigst wo es lang geht. Schritt Nummer 5. Erober ihr Herz. Die weibliche Psyche ist so merkwürdig wie ich im Bett. Aus irgendeinem Grund verlieben sich Frauen in Männer, die sie dominieren und wie Dreck behandeln. Mach sie zu deiner Putzsklaven, Kochsklaven und Sexsklaven. Du bist der Mann und sie wird es lieben, dir zu dienen. Du bringst jetzt die Klappen zurück. Mit diesen einfachen 5 Schritten wird deine Traumfrau für immer bei dir bleiben. Wie er es nicht verstanden hat, das war kein Ernst. Aber etwas ernsthafter behandelt. Warum Frauen auf Arschlöcher stehen, findet ihr auf unserem Radio-Kanal-Video da drüben. Und das letzte 5-Schritte-Video-Erfolg auf YouTube findet ihr da drunter. Shake your ass, watch your step. Shake your ass, show what you got.